Hallo Moin zum kleinen Info-Video. Die Replay-Liga-Saison Nummer 6 geht bald los oder soll bald losgehen. Wie bin ich weiterhin dabei? Wie kann ich mich anmelden? Wie läuft das Ganze ab? Und so weiter und so weiter. Kurzer Überblick. Einmal kurz, was ist die Replay-Liga für die Leute, die vielleicht gerade das erste Mal sehen? Wie läuft die Rückmeldung für die, die schon mitgespielt haben? Wie läuft die Relegation ab für die, die in die Relegation gekommen sind aufgrund der Ergebnisse letzten Saison? Die Anmeldung für neue SpielerInnen. Also wo und wie könnt ihr euch anmelden? Wie werden die Ligen eingeteilt und dann noch ein bisschen was zum Saisonablauf? Also Start. Was ist die Replay-Liga? Es ist die meines Wissens nach aktuell größte StarCraft II Liga für den deutschsprachigen Bereich. Und insgesamt ist das Ziel, dass alle möglichst in ihrem Spielstärke-Bereich eine Liga spielen können und entsprechend dann Spaß haben am StarCraft-Spielen in einem Wettbewerbsumfeld. Ziel ist immer, dass die Ligen mit sechs SpielerInnen besetzt sind und es im Schnitt ein Spiel pro Woche ist. Die grundsätzliche Spielabsprache ist immer individuell. Sprich, man hat nicht immer den Montag und wenn man dann halt Montag keine Zeit hat, hat man direkt einen Deathloss oder so, sondern man kann das mit dem Gegner abstimmen. Und dann schickt man hinterher die Replays an den Orga, sprich an mich. Deswegen heißt es Replay-Liga, weil gecastet wird dann von den Replays. In Saison Nummer 5 waren insgesamt 89 SpielerInnen angemeldet. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, waren vier dabei, die nicht zu Ende gespielt haben. Sprich, 85 SpielerInnen haben die Saison auch zu Ende gespielt. Also wirklich super cool, dass so viele auch die ganze Zeit dabei bleiben. Scheint also hoffentlich ein ordentliches Spielerlebnis gewesen zu sein. Aufgeteilt waren die Leute in 13 Ligen und der MMR-Bereich ging von 2300, das war der schwächste Spieler, darüber der war schon ein bisschen stärker, muss man sagen, so ab 2700 und dann in der ersten Liga bis zu Grandmaster-Rollung. Rückmeldung für die, die schon dabei waren in der letzten Saison, werde ich in den Liga-Channels im Discord einmal reinpingen und sagen hier, seid ihr nächste Saison wieder mit dabei. Dann sagt ihr ja und dann trage ich euch wieder ein oder plane euch wieder ein. Rückmeldeschluss, da ist der 21. August. Also habt ihr auch noch locker mal gute zwei Wochen Zeit. Denn auch die Relegation muss ja noch gespielt werden. Auch da sind die Sachen vorbereitet. Ich habe die Liquidpedia-Seite fertig. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Da seht ihr alle Duelle, die gespielt werden sollen. Es gibt zwei SpielerInnen in der Relegation. Dann ist es eine Best-of-3-Series. Bei drei ist es Round-Robin. Ich habe kurz überlegt, weil der Vorschlag kam, eventuell die Ergebnisse aus der Saison, aus der Vorsaison mit reinzunehmen, wenn zwei Leute aus der gleichen Liga in der gleichen Relegation landen. Ob man das Ergebnis quasi aus der Saison noch mit reinnehmen kann, habe ich mich entgegen entschieden, weil dadurch natürlich ein Spieler quasi keine Chance mehr hat, aufzusteigen. Außer es gibt ein 2-0 Round-Robin-3-Way-Tie oder sowas. Dementsprechend werde ich das diese Saison auf jeden Fall nicht machen, sondern es wird ein normales Round-Robin. Und dann spielt jeder gegen jeden einmal Best-of-3. Discord-Channel ist erstellt mit allen Leuten, die in der Relegation spielen. Sprich, ihr könnt eure GegnerInnen relativ einfach finden. Und die Terminabschwache könnt ihr entweder in dem Channel machen oder per PM, wie auch immer. Hauptsache, ihr spielt relativ schnell. Und wenn es zu Problemen kommt bei der Themaabschwache, sagt ihr Bescheid. So einfach ist das. Und ja, bis zum 21. August sollte das auch dann gespielt werden, die ein bis zwei Spiele, die jeder hat. Neuanmeldung. Da wird es interessant für alle, die gerade davon gehört haben oder vielleicht schon länger davon gehört haben, überlegt, am einzusteigen. Wie kann ich eigentlich mitspielen? Und das ist relativ einfach. Ihr geht auf nefest.com.sc2. Fragezeichen-Route-Search. Der Link ist in der Beschreibung. Könnt ihr dann einfach kopieren. Da sucht ihr euer Profil raus. Und den Profil-Link kopiert ihr dann und postet den in den Channel MRL-Anmeldung im Discord. Das ist der Anmeldebereich für die Liga. Wenn ihr verschiedene Rassen in eurem Profil gespielt habt, dann schreibt am besten dazu, welche Rasse ihr spielen wollt. Nicht, dass da eventuell zwei gleich stark sind und ich trage euch falsch ein oder so. Dann können wir das direkt schon mal aussortieren. Und ja, dann seid ihr auch schon mit eingeplant. Auch hier Anmeldeschluss 21. August 2022. Die Einteilung der Ligen wird sich ein bisschen ändern. Aktuell sind es ja 13 Ligen und ich habe vorher immer so mit relativ hartem Auf- und Abstieg gearbeitet. Das wird jetzt ein bisschen geändert. Und zwar wird aus den Ergebnissen der Ligen ein Gesamtranking geformt. Und das heißt, von den 85 Leuten, die die Saison beendet haben, werde ich ein Ranking erstellen, nachdem die Relegation abgeschlossen ist, sprich Auf- und Abstieg. Da gibt es einen Platztausch zwischen Leuten und die Relegation wird eben auch entsprechend so, wie es die Spiele jetzt ausgehen, eingepflegt. Dann habe ich ein Ranking von 1 bis 85 und dann nehme ich die neun Spieler in und sortiere die entsprechend so ein, wie eben das MMR ist. Und danach werde ich einfach so Linien ziehen und sagen, hier, erste Liga, acht Leute vielleicht, zweite Liga, acht Leute, dritte Liga, sechs, vierte Liga, sechs und so weiter. So, dass dann immer sechs Leute in der Liga sind, nur in den höheren Bereichen, da wo die aktiven Leute sind, die auch wirklich viel Bock haben und viel Zeit vielleicht auch einfach Sarkov zu spielen, dass da die Ligen ein bisschen größer sind. Und unten hat man Sechser liegen, dann ist man relativ gut im Zeitplan auch drin. Und dann noch kurz nochmal die Zeitübersicht hier. Bis 21. August einmal die Rückmeldung beziehungsweise Anmeldung und die Relegationsspiele werden gespielt. Dann habe ich mir, ja, zehn Tage jetzt mal genommen bis Monatsende quasi das Gesamtranking zu erstellen, einfach die neuen Leute einzusortieren auch und entsprechend die Ligen einzuteilen und den Spielplan zu erstellen. Und der Saisonstart ist dann offiziell der 5. September. Und dann gehen wir noch auf die nächste Seite und da findet ihr die Deadlines. Hier auch für die Anzahl der SpielerInnen mit sechs oder eben mit acht hat man entweder fünf oder sieben Spieltage, logisch. Und ihr seht, es ist immer eine Woche pro Spieltag. Ihr könnt alle Spiele, wenn ihr wollt, an einem Tag machen, direkt am Anfang der Saison und seid fertig. Wenn die GegnerInnen Zeit haben, dann passt das so. Ansonsten ist das so der Plan, dass ihr eben jede Woche ein Spiel habt. Und dann sind wir nach sieben Wochen ungefähr fertig. Und dann sind wir durch mit diesem ganzen Infovideo. Wenn ihr Fragen habt, dann immer gerne in die Kommentare, auf den Discord fragen oder was auch immer. Ihr findet schon einen Weg, das zu fragen. Und dann würde ich mich freuen, wenn viele wieder mit dabei sind. Wenn viele vielleicht auch neue sich anmelden. Und wenn ihr Leute kennt, die vielleicht sonst noch mitspielen wollt, könnt ihr es auch gerne weitersagen. Also, das war es von hier. Ich freue mich auf euch.